Ja Leute, herzlich willkommen zu unserer Rosenmontags-Analyse von Hertha BSC gegen Union Berlin, gespielt im Olympiastadion heute Abend. Ja, wie gesagt, der Zweite aus Berlin gegen seinen Nachbarklub Union, Fünfplatzierter der Zweiten Liga. Ja, zu einem direkten Vergleich kann man sagen, in der Zweiten Liga ist das eigentlich noch recht ausgeglichen. Zwei Siege Hertha, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ich denke mal, Stadtdölbys sind immer was Besonderes und deswegen wird es eigentlich schwer einzuschätzen sein heute Abend. Union wird, denke ich mal, Rache für die Hinspiel-Niederlage nehmen wollen und Berlin ja Rache für die letzte Heimpleite gegen Union aus der letzten Saison. Ja, was sagt die Formtabelle? Laut dieser Statistik hier hat Hertha halt mit 86% eine leicht bessere Performance als Union mit 79%, aber da eingerechnet sind eigentlich vorwiegend Freundschaftsspiele. Ja, ansonsten, bester Torschütze bei Hertha ist Ronny mit 11 Toren, danach dann Amos 7 und bei Union Tirodde mit 8 und der Freistoß-Spezialist Matuschka mit 5. Ja, zum generellen Chart aus dem Saisonverlauf kann man halt sehen. Hertha seit dem ungefähr 8. Spieltag vorne mit dabei und Union mit einem Aufwärtstrend, der sich ja neben diesem kleinen Patzer so am 18. Spieltag doch gut nach oben bewegt. Tor-Differenz natürlich pro Hertha, guten Sturm, starke Abwehr. Ansonsten, ja, ich glaube, Hertha hat soweit außer Holland, der müsste gelb gesperrt sein, keine Ausfälle und ja, und bei Union, ich bin mal gespannt, ob Özbek nochmal so ein starkes Spiel macht, beziehungsweise seinen Einstand bestätigt mit seinem Tor nach der Einwechslung im letzten Spiel, glaube ich. Ja, so alles in allem würde ich sagen, dass, ja, wie gesagt, in Stadtderbys kann immer was passieren, beide Mannschaften sind hochmotiviert, aber ich denke mal, dass objektiv gesehen Hertha doch die deutlich stärkere Mannschaft hat und deswegen halt ohne Probleme den Dreier einfahren sollte. Mein Tipp ist, denke ich mal, 2-0 für Hertha, aber heute kann alles passieren. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mud Forecast macht eine Analyse.